Ich habe vor eineinhalb Monaten mit dem Michael gesprochen und eben bezüglich dieses Vortrages habe man dann überlegt, also ich habe natürlich sofort zugesagt, ich habe gesagt, jawohl, einen Vortrag halten taugt man natürlich, ich wohne ja gleich da drüben, ich bin nicht weit, aber ich habe mir gedacht, okay, das machen wir und habe dann überlegt, okay, über was könnte ich da überhaupt referieren, weil der Theoretiker oder so bin ich nicht wirklich, bin eigentlich quasi 100% Praktiker, null Theorie, 100% Praxis und habe dann überlegt, okay, was kann ich da denn für einen Mehrwert stiften oder was könnten die Leute, die sich das anhören, anschauen, mitnehmen für sich selber, vielleicht sogar selber irgendwo im täglichen Leben, im Berufsleben umsetzen und dann haben wir einfach gedacht, okay, ich erzähle ein bisschen aus meiner Vergangenheit, aus den letzten neun Jahren und bin eben die letzten neun Jahre drauf gekommen, dass es verschiedene Elemente gibt, die man, ja quasi, die man sich aneignen muss oder die man braucht, um sich die Chance so hoch wie möglich zu halten, erfolgreich zu sein und ja, genau, die sechs Schlüsselelemente, Hartnäckigkeit, Disziplin, Ehrgeiz etc., jeder weiß es in der Regel, jeder weiß, okay, dass sie erfolgreich, um erfolgreich zu sein, da gehört einiges dazu und gibt es die letzten, ja, neun Jahre, also seit 2009, wirklich jedes Jahr kann man so sagen, habe ich einer dieser Schlüsselelemente wirklich hautnah lernen dürfen, erleben dürfen und einfach gemerkt, okay, es ist tatsächlich so, es gehört wirklich einiges dazu, dass man erfolgreich wird und die war wirklich explizit dazu geschrieben, die zum Erfolg führen können, weil, klar, theoretisch ist es so, wenn man Gas gibt, wenn man hart arbeitet etc., weiß jeder, okay, da kann man erfolgreich sein, wenn man früh aufsteht, länger arbeitet wie andere etc., nur man muss es dann auch machen, deshalb habe ich wirklich gesagt können. Vorab, vor dem Vortrag ist mir gesagt worden, es werden einige herinnen sitzen, die mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen zu gründen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und deshalb habe ich eben den Vortrag sehr praxisorientiert und erfahrungsorientiert gestaltet. Ja, bei mir hat es angefangen im Jahr 2009, das war so der große Cut in meinem Leben, ich bin damals als 19-Jähriger für zwölf Monate in den UNO-Einsatz nach Syrien gegangen und da habe ich das erste Element kennengelernt und das war das Element Hartnäckigkeit. Ich habe dort wirklich gelernt knallhart, was es heißt, weit weg von zu Hause zu sein, in einem Krisengebiet und habe da definitiv gelernt, harte Zeiten zu durchstehen, zu durchleben und wirklich hartnäckig dahinter sein, hinter dem Gedanken. Der Gedanke war, ich ziehe diese zwölf Monate durch, komme was wolle, gesagt getan. Es war definitiv nicht immer einfach, aber ich habe dort wirklich des Öfteren sogar mit dem Gedanken gespielt, aufzugeben, heimzufliegen, das Ganze abzubrechen, aber habe dann gesagt, na, pass auf, dieses Mal ziehst du was durch. Ja, und somit habe ich damals wirklich hautnah erlebt, was es heißt, hartnäckig zu sein und habe mir das angeeignet und seitdem eigentlich nie wieder hergegeben, das Element. Ja, 2011 ist es dann in die Immobilienbranche gegangen. Da sieht man, liebes Foto, das ist circa sechs, sieben Jahre her. Da habe ich dann die erste Erfahrung gehabt mit dem falschen Markt. Also, ich bin beim Bundesheer abgerüstet, 2011, war top motiviert, habe gesagt, ich will rein in die Immobilienbranche, das ist genau meins. Mega Euphorie und, und, und. Ich habe mal gesagt, jawohl, wenn ich was kann, weil ich kann nicht viel, aber das kann ich, das bringe zusammen. Ja, ich war dann tatsächlich im falschen Markt, also ich war in einem Markt in der Weststeiermark in Volzberg, das ist ein Abzugsgebiet, da kaufen die Leute nicht, da mieten die Leute auch nicht, sehr viel Leerstände, jeder will verkaufen. Das heißt, als Makler, als Immobilienmakler, tust da zwar nicht schwer, was zu akquirieren, aber du tust da irrsinnig schwer, was zu verkaufen oder zu vermieten. Und ich habe mir dann gedacht, boah, sechs Monate, kein Abschluss, liegt es an mir, liegt es nicht an mir, liegt es am Markt. Ich habe aber dann wirklich gesagt, na, ich glaube an das Ganze, ich glaube daran, dass ich das schaffen kann, dass ich den Sprung in die Immobilienbranche schaffe und auch so weit komme, dass ich wirklich gut davon leben kann und erfolgreich werde. Und habe dann nach sechs Monaten geografisch gewechselt, von Volzberg nach Graz. Ja und dann hat es funktioniert. Da habe ich nach drei Wochen dann die erste Wohnung verkauft und das hat dann Fahrt aufgenommen. Aber da war das das Element der Glaube. Ich wollte das unbedingt, ich wollte Immobilienmakler werden, ich habe geträumt vom tolle Immobilien präsentieren und habe das schon im Kopf gehabt, die Vision, wirklich habe ich da gesehen, als mit dem Anzug und mit wohlhabenden Leuten, die dann durch die Häuser führen und habe die Vision gehabt und habe daran geglaubt, nur damals mit sechs Monaten mit null Euro Verdienst, glaubt man dann ab und zu nicht mehr ganz so dran. Aber ich habe dann gesagt, okay, na, wir ziehen das durch, wir wechseln in eine andere Stadt und dann hat es auf einmal funktioniert. Und da war das zweite Element, was mir, also was dann quasi gelehrt wurde und das war einfach der Glaube. Der Glaube an was, der Glaube an sich selber, der Glaube vor allem an die Vision und an den Traum, den man ja verfolgt. Ja, 2012, Einstieg in die Selbstständigkeit als Immobilienmakler. Da waren dann die ersten Erfolgserlebnisse da, ich habe da gezielt ein Foto gewählt, das war mit einem Kollegen, da haben wir eine gemeinsame Wohnung verkauft und der Kollege hat gerne einmal gefeiert und gerne einmal angestoßen und gerne einmal trunken und hin und her und ich habe mich da natürlich dem Ganzen angehängt. Ich habe mir gedacht, na, jetzt läuft es schon recht gut, jetzt rollt der Rubel und jetzt spielen wir einmal mit, wie die werten Kollegen, die jenseits 50 waren, die natürlich jahrzehntelang schon gearbeitet haben in der Branche, die sich das auch wirklich knallhart verdient haben. Aber ich als junger Makler habe mir gedacht, okay, ich muss da mitspielen, habe aber dann recht schnell gemerkt, okay, nur lustig und lässig und da essen gehen und dort Party, so komme ich auf Dauer auch nicht weiter. Also, dann bleibe ich irgendwann einmal stehen oder entwickle mich zurück. Und dann irgendwann einmal habe ich gesagt, na so, jetzt muss ich wieder einreißen, diszipliniert, die Disziplin wieder packen und wieder Vollgas weitermachen. Wieder mehr Akquise, mehr Telefonate, Mehrwege, mehr von allem. Und da habe ich einfach auch wieder einmal gelernt, weil ich komme eigentlich aus dem Sport, ehemaliger Fußballer, da kennt man eigentlich die Disziplin auch, vom Bundesheer kennt man es auch, aber da habe ich es einfach wieder in mir wachgerufen und habe mir gedacht, okay, du musst disziplinierter wieder sein, dass du vorankommst, weil sonst wirst stehenbleiben oder zurückgehen in der Karriere. 2013, 14, 15. 2013 bin ich dann den Weg angetreten nach Wien. Also, ich wäre ja, hätte ich nicht eine Schauspielschule in Wien besucht, wäre ich nie nach Wien gekommen. Bin eben 2013 nach Wien und ja, habe den Weg irgendwo gesucht in das Ganze rein, in das Show-Entertainment-Business. Nebenher habe ich immer Immobilien verkauft, also von dem habe ich immer relativ gut leben können, habe mir das Ganze somit auch finanziert und habe dann auch recht schnell gemerkt, wenn ich kein Netzwerk habe oder keine Leute, die mich kennen und die ich kenne und die mir weiterhelfen beruflich, dann wird das nichts, weil ich sage immer, in Wahrheit kann man das beste Produkt haben, die beste Dienstleistung, aber wenn die Leute nicht von deiner Dienstleistung, von deinem Produkt wissen, wenn die dich nicht kennen, dann wirst du auch nichts reißen, dann wirst du auch keinen Umsatz machen, dann wird das nicht funktionieren und dann kannst du wirklich das allerbeste Produkt haben. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn jetzt definitiv was passieren muss, dann ist es der Netzwerkaufbau und bin dann wirklich kategorisch hergegangen, habe Dinge probiert über Mr. Austria-Wall, Captain Morgenshow-Entertainer, Fernsehwerbung, CTF-Produktionen und jedes Mal hat es mir wieder ein bisschen weitergeholfen und wieder so auf eine kleine, minimale Stufe weiter nach oben gebracht. Weil klar, man lernt überall die Leute kennen und auch hin und wieder mal in einem sehr hohen Bereich, was natürlich, klar, beruflich nur Vorteile haben kann. Und da habe ich einfach wieder mal gemerkt, wenn man niemanden kennt, kommt man nicht weit, weil ich, wo ich nach Wien gekommen bin, 2013 niemanden gekannt und habe dann in der Sauna quasi wirklich im Fitnesscenter in der Sauna mein erstes Millionenprojekt akquiriert, eineinhalb Jahre später verkauft und seitdem habe ich glaube, Immobilien verkauft, also im hohen Millionenbereich nur wegen diesem einen Saunagang, wo man miteinander redet, wo man Kontakte knüpft und das zieht sich dann sofort die Jahre und wird dann wie ein Schneeball, den man in Wahrheit dann ja gar nicht mehr weiter anrollen muss, weil der rollt dann einfach. Ja, genau, 2016, Kinofilmproduktion Mr. Imo. 2016 war ein recht spannendes Jahr. Ich habe da wirklich eine Idee gehabt, als ich nach Wien gekommen bin, ich habe gesagt, okay, was sind meine Leidenschaften? Gut, meine Leidenschaft ist die Schauspielerei, die Schauspielkunst und zum anderen Immobilien. Und ich habe gewusst, okay, damals hat es noch das TV-Format geben, Mieten kaufen wohnen auf Fox, das hat mir taugt, aber ich habe gewusst, okay, das könnte man besser machen, das könnte man mit mehr Schmäh, mehr Comedy und habe dann wirklich so die Idee gehabt, TV-Format zu entwickeln, Comedy, Reality, TV-Show, gesagt, getan. Ich habe dann mit einem 30-köpfigen Produktionsteam dann an TV-Piloten produziert, den haben wir im Kino präsentiert mit ORF und Kronenzeitung, war ein Riesenspektakel und das Ziel war ganz klar, damit ins TV zu kommen, wirklich, dass wir sagen, okay, wir implementieren ein neues TV-Format. Ja, ich habe da wirklich 100%, wenn nicht sogar 110% Engagement und Ehrgeiz und Herzblut reingesteckt und wir waren auch relativ schon gut dran. Wir waren beim Fernsehsender drinnen, wo es dann in die nächste Verhandlungsrunde gegangen wäre, wo man dann schon bespricht Cast und wer wird Regisseur und so weiter und dann wird der Sender aufgekauft und dann ist quasi null. Dann bist du wieder am Anfang, hast ein Jahr lang in Wahrheit 110% investiert, deine ganze Leidenschaft, Energie jeden Tag und es ist trotzdem nichts draus geworden. Also ich war mega enttäuscht, meine Freunde waren enttäuscht, die Mitbeteiligten, meine Oma, die Familie, aber es war ein tolles Learning, es war eine tolle Erkenntnis. Failure is a part of the game. Also die Bereitschaft zu scheitern und trotzdem probieren, auch wenn es nicht erfolgreich werden kann. Also man weiß ja nie, bevor man was startet, ob es jetzt wirklich fruchtet oder nicht, aber man muss es einfach probieren. Und ich habe gesagt, wir machen das, wir probieren das. Es hat leider nicht geklappt, aber ich habe dann wirklich gelernt, passt, dass du erfolgreich wirst irgendwann einmal und deine Visionen in die Tat umsetzt, braucht es einfach eine gewisse Anzahl von Scheitermomenten, dass man permanent weiterkommt. Und das war wirklich, das hat extrem wehgetan, aber es war wirklich ein tolles Learning und eine tolle Erkenntnis fürs weitere Leben. Last but not least, letztes Jahr, ich stehe im selben Hemd, habe auch vorgetragen, 2017 haben wir dann die Mr. Immo GmbH gegründet, eine Immobilienagentur und die Revis App auf den Markt gebracht. Ja, und jeder hat das Alter, der selber Unternehmer, Unternehmerin ist oder irgendwo in einem Startup schon mal zu tun gehabt hat, der weiß, es ist wirklich harte Arbeit. Also ich habe davor schon geglaubt, ich arbeite hart und bin engagiert und motiviert und so weiter, aber seitdem ich in dem Startup-Bereich bin, habe ich eigentlich erfahren, was es wirklich heißt, hart zu arbeiten. Wirklich 10 bis 15 Stunden Tage, ab und zu mehr, ab und zu weniger, Samstag, Sonntag, Feiertag, jeden Tag, jede Minute mit dem Kopf beim Projekt zu sein, gedanklich. Das ist hart. Also Erkenntnis, Learning, ohne Fleiß kein Preis. Das ist wiederum so ein altes Sprichwort, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, von den Großeltern, von der Mama, vom Opa, wie auch immer. Gepredigt wird es eh immer, ohne Fleiß kein Preis. Nur es ist die Frage, was ist jetzt der Fleiß? Wie viel ist der Fleiß? Ist der Fleiß 8 Stunden am Tag? Ist der Fleiß 12 Stunden am Tag? Plus Wochenende, plus Feiertage, plus das ganze Leben? Aber was ist der Fleiß? Aber ich habe jetzt so wirklich letztes Jahr gelernt, ohne wirklich 110%igen Engagement ist so ein Projekt, so ein Startup, so eine Software, wie auch immer, was Neues, was Innovatives, zum Scheitern verurteilt. Und wir sehen es jetzt erst wieder, die letzten drei Wochen haben zwei Startups Insolvenz angemeldet. Das ist einfach so. Es ist hart. Es kann jeder scheitern. Man muss einfach, deswegen sage ich immer, alles probieren, um sich die Chance, so hoch wie möglich zu halten, erfolgreich zu sein. Und das war eben letztes Jahr mein Learning, das ist auch dieses Jahr wieder mein Learning. Ich weiß ganz genau, also ich sehe das in mir vom geistigen Auge, dass unsere App, unsere Software mega erfolgreich werden wird, die nächsten fünf bis sieben Jahre. Nur ich weiß, definitiv brauche ich, muss ich alle Elemente, alle sechs Elemente, wie zu Beginn des Vortrages gezeigt, die muss ich umsetzen und das jeden Tag. Sonst wird es eben nichts. Und dann ist es wieder so eine Sache wie letztes Jahr der Kinopilot, dass man sagt, okay, war schön, wir haben Gas gegeben, aber es ist nichts geworden. Das lasse ich dieses Mal nicht zu. Ich werde es wieder bis zum Schluss probieren. Ja, also genau, das war es im Großen und Ganzen. Da sind glaube ich, ah ja, genau, ich habe da noch so ein Zitat aus den Fingern gesaugt, also überlegt, was ich als Abschlussmessage noch mitgeben kann. Eben jedes Jahr erleidet man zahlreiche Rückschläge, die einen aber, wenn man nicht aufgibt, wieder weiter voranbringen und stärker machen. Ist auch wieder so ein Gesatzl, der eine sagt Schaß, der andere sagt, okay, nehme ich mit. Es ist einfach die Tatsache. Wenn man sich nicht unterkriegen lässt, wenn man die Idee hat, die Vision hat, man soll es machen, man soll es durchziehen, man soll sich nicht unterkriegen lassen und dann wird es irgendwann einmal klappen. Das war es von meiner Seite. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke. Applaus Ich hätte ganz gerne gewusst, was zur App, was ist da die Vision, wo willst du damit hin? Mit der App? Mit der App oder was ist das Besondere an der App? Also die App, es ist in Wahrheit eine Applikation, die Immobilienmakler, Bauträger und Hausverwaltungen dabei unterstützt, Wohnungsbesichtigungstermine auszulagern. Ganz simpel, ganz einfach. Es ist so, der Immobilienmakler hat eine Wohnung zum Verkauf, beispielsweise in Graz, sitzt aber in Wien mit seinem Büro und kann jetzt zeitlich flexibel 365 Tage im Jahr über unser Netzwerk, über unsere Logistik, die wir aufgebaut haben, flächendeckend in Österreich, in den Städten, Besichtigungstermine vergeben. Das heißt, der Kunde ruft den Makler an, fragt sie, der Makler, kann immer die Wohnung in der Steinbauergasse 6 am Samstag um 17 Uhr besichtigen. Der Makler steigt ein in die App, wählt einen Dienstleister aus unserem Netzwerk, das sind verifizierte und geschulte Dienstleister, die dann statt dem Makler den Termin übernehmen. Nicht mehr, nicht weniger. Der Makler kann sich natürlich extrem viel Zeit sparen. Wir nutzen selber in unserer Agentur, wir sparen uns in der Woche zwischen 15 und 25 Stunden Zeit. Genau. Das ist ja naheliegend eigentlich. Genau. Wir sind damit am Markt tatsächlich weltweit die Ersten. Ich kann aber auch verstehen, warum es noch keiner gemacht hat. Es ist eine ganz harte Sache. Es ist nicht ohne, dass man eine Branche, eine ziemlich alteingesessene Branche, Immobilienmakler ist eine eigene Spezies von Mensch, dass man die so ein bisschen umdreht, die Glaubenssätze und sagt, okay, Herr Makler, du musst jetzt nicht mehr selber hingehen und Zeit investieren für Verkehr, für Stau etc. und Samstag durch die Stadtquellen, dass du Tür aufsperren gehst, sondern kannst jetzt einen anderen hinschicken. Das ist schon eine Herkulesaufgabe, aber es ist definitiv machbar und möglich, dass sich das entablieren wird die nächsten fünf Jahre. Und wie das Learning aus dem Jahr 2011, muss da nur wirklich in Wahrheit den richtigen Markt finden. Wir werden jetzt dieses Jahr nur noch Berlin expandieren. Meiner Meinung nach ist da der Markt für unser Produkt perfekt. Sehr lange Anfahrtswege, lange Besichtigungstermine, viele Parteien. Definitiv, da müssen wir hin und ich bin auch sicher, dass wir da oben auch ziemlich erfolgreich werden werden, die nächsten zwei, drei Jahre. Ich hätte noch etwas fragen. Und zwar sind das dann Kooperationspartner von dir oder habt ihr da ein Firmamodell für die Dienstleister geschaffen oder wie kann ich mir das vorstellen? Die Dienstleister, das sind selbständige Dienstleister, selbständige Aufsperr- und Besichtigungsdienstleister, die in der App Partner sind, die von uns handverlässend selektiert und verifiziert worden sind, die quasi auf selbständiger Basis, auf Werkvertragsbasis für den jeweiligen Auftrag für den Makler tätig werden. Wir sind eigentlich nur ein Marktplatz, also sprich eine Vermittlungsplattform, wo der Makler den Partner findet. Ja, du hast mir eh schon einiges vorweg gefunden, wie das ist, als ein alt eingesessener Markt neu aufzurollen. Weil du merkst es selber immer wieder, als Unternehmer ist es einfach schwierig in den Markt reinzugehen, wo quasi Platzhuschen und ein bisschen so ein altes Denken herrscht, das neu aufzurollen. Aber du hast jetzt eigentlich die Antwort schon ein bisschen vorweg genommen. Das ist eine Herkulesaufgabe. Es ist, ich sage immer, und du darfst immer wieder bei so einem Klischee denken, es ist einfach alles, was groß werden kann. Weil wir wollen damit ganz nach oben. Das ist halt schwer zu erreichen. Das ist halt, wir wollen wirklich die Früchte ganz oben, am letzten Ast oben wollen wir greifen. Das heißt, wir müssen definitiv eine Ausdauer beweisen. Wir dürfen uns auch nicht unterkriegen lassen, die ersten ein, zwei Jahre. Ich habe zu meinem Team vor einem Jahr schon gesagt, passt auf, die ersten ein, zwei Jahre werden wir keine Riesensprünge machen. Aber wenn wir lang genug stur bleiben, dann wird sich das etablieren. Weil dann ist es so, mit der Zeit stellt sich das natürlich ein. Du hast einmal den ersten großen Kunden, dann hast du einmal dort einen Presseartikel, dann hast du den zweiten Kunden, den dritten und die Branche ist ja sehr gut miteinander vernetzt. Wenn du einmal ein paar dabei hast und ein, zwei Big Player, dann schließen sich auch die kleineren an und irgendwann einmal erreichst du den Markt da wirklich. Und dann ist natürlich das, was wir gesagt haben, wir wollen nach Berlin, weil da werden wir uns nicht wirklich so schwer tun, weil da die Leute, die Branche ist jetzt komplett anders wie in Österreich, wie in Wien. Da ist der Beruf nicht reglementiert, da herrscht das Bestellerprinzip bereits. Das heißt, der, der den Maklerbeauftragte zahlt, das heißt nicht wie bei uns, der Mieter darf den Makler zahlen. Ja, das soll in Österreich auch kommen, die nächsten zwei, drei Jahre. Aber da ist es natürlich, da wird der Makler sagen, okay, natürlich schickt er da den Dienstleister hin, weil dem Kunden, den Interessenten, der die Wohnung besichtigt, der zahlt den Makler nicht. Das heißt, der hat dann auch keinen Anspruch auf irgendeine qualitative Besichtigungsdienstleistung. Also da spricht schon einiges dafür. Und wie gesagt, klar, es ist in Wien und in Österreich schwierig, aber definitiv machbar. Das ist eine Ausdauersache. Okay. Ich glaube, der Herr da hinten wollte noch was fragen. Ja? Wie ist das in Deutschland? Du weißt, der Kunde zahlt den Makler nicht. Das ist das Bestellerprinzip bei Mietwohnungen. Das heißt, der, der den Makler beauftragt, der zahlt ihn. So. Du willst jetzt... Wenn du jetzt aber sagst, okay, du willst in eine neue Mietwohnung umziehen, findest die Mietwohnung bei irgendeiner Plattform bei Willhaben, rufst den Makler an, der zeigt dir die Wohnung, dann zahlst du den Makler nicht, sondern der Vermieter zahlt ihn. Das ist gescheitert. Also es hat dann immer der Vermieter, der Makler. Genau. Ja, klar, man kann es immer irgendwo umgehen, dann wirft man es auf die Miete drauf, dann ist die Frage, kriegt man die Miete dann? Ist das jetzt deine Frage? Ja. Warum wird die nicht weniger? Es ist so altbacken, es könnte auch etwas verändern, finde ich. Ich bin kein Politiker, da kann ich jetzt wenig mitreden. Ich kann nur meine Meinung preisgeben. Preisbar. Ja. Gut, noch wer? Da, die Herren aus der zweiten Reihe. Gibt's Feuchner? Der Herr mit der Brille? Von dir vielleicht noch? Der andere mit der Brille? Mit der Mütze? Kaffee? Nix? Okay. Das ist übrigens mein Team. Mitgründer Tom. Naja. Ich hätte schon noch eine Frage, also wie oft wurde die App jetzt da angelotet bisher? Hast du Zahlen? Das müsste ich meinem CTO fragen, da habe ich keine Zahlen momentan aufliegen. Also, ich weiß aber auch nicht, wie intensiv die App dann genutzt wird. Wissen tun wir es definitiv. Nein, schon, aber jetzt nicht. Wie sagst du? Du weißt das jetzt nicht? Jetzt in dem Moment, ja. Ich sage über die IT-Abteilung, das sind einige Developer, die das Ganze überwachen und so weiter. Ich bin halt der Kaufmann. Also ich habe mit dem jetzt operativ nicht viel zu tun. Ja. Ja. Aber es spielt auch gar keine Rolle, wie viele Leute die App downloaden, weil unser Geschäftsmodell basiert auf den Abschlussverträgen mit Maklern und Bauträgern etc. Genau. Ja. Ja. Warte, warte, warte. Ich glaube, das geht gar nicht. Oder? Geht das? Bei so einem Besichtigungstermin erfährt man als Makler auch einiges vom Kunden, oder? Gibt es da auch eine Möglichkeit bei der App, dass dann wieder Informationen zum Makler zurückfließen, an was der jetzt Interesse gehabt hat, ob der überhaupt intensives Interesse hat oder so? Das ist eine gute Frage. Das wird jetzt demnächst wahrscheinlich noch drittes, viertes Quartal ein neues Feature. Das haben wir, wir waren in Berlin und vor zwei Monaten haben dort den Markt ein bisschen eruiert und da war genau das das Feedback von den Maklern, die gesagt haben, okay, ja, sie wären definitiv dazu bereit, dass sie da einen externen Dienstleister hinschicken, aber sie hätten schon gern irgendwo Feedback vom Kunden. Zumindest, wenn es dem Kunden nicht gefällt, warum nicht? Und einfach so ein paar Sachen, so Feedback. Sind wir definitiv dran, ist definitiv ein guter Input. Ja, wobei ich auch als mittlerweile schon langjähriger fahrender Makler sage, das kann ich mit dem Kunden telefonisch klären, wenn ich gut bin. Ich sage immer, wenn ich geübter Makler bin, kriege ich das telefonisch hin. Dann löche ich ihn halt mit Fragen, sage ich sie, auf was kommt es für sie an? Muss es, muss es, muss es, muss es, muss das Straßenbahn daneben sein? Ja, nein, müssen die, 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 die Einkaufs möglich, also man kann es als Makler, als vernünftig arbeitender Makler theoretisch wirklich telefonisch lösen, aber klar, die Momentaufnahme ist oft eine andere, deswegen arbeiten wir an einem neuen Feature, wo dann dieser Dienstleister dem Makler nach der Besichtigung im selben Moment der Feedback übersenden kann, in der App. Genau. Irgendwo hat noch jemand aufgezeigt, Billi mein. Na gut, dann herzlichen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Danke. Vielen Dank.